Psst, wachen. Schnell, hinter den Wandteppich. Spatzen piepsen und starre zwitschern. Und was machen dohlen? Dohlen krechzen, Goldfinken trellern und Kraniche rufen, während Pfaue kreischen. Habichte schreien, Lärchen trillern und Tauben gurren. Das sind alle. Hm, was ist mit Nachtigallen? Oh ja, Nachtigallen singen. Das ist mit Nachtigallen. Das ist mit Nachtigallen. Das ist mit Nachtigallen. Das ist mit Nachtigallen. Das ist mit Nachtigallen.